Ihr kennt das sicherlich, ihr sitzt gemütlich im Wohnzimmer auf der Couch und wollt noch ein bisschen auf eurer PS4 oder PS5 zocken, aber der Fernseher, der ist natürlich mal wieder besetzt. Aber es gibt eine Lösung für dieses Problem und die nennt sich PS Remote Play. Wie genau PS Remote Play funktioniert und wie ihr es installiert, das zeige ich euch in diesem Video. Aber jetzt nochmal ganz genau die Frage, was ist denn jetzt Remote Play? Dank Remote Play lassen sich die Spiele auf eurer Sony-Konsole, also PS4 oder PS5, per Stream auf euer gewünschtes Endgerät übertragen, um dort zu spielen. Das bedeutet, dass ihr Spiele von eurer Konsole auf ein Android-Gerät, auf ein iPhone, iPad, Windows-PC oder ein Mac übertragen könnt, solange beide Geräte mit dem Internet verbunden sind. Das ermöglicht euch zum Beispiel, Playstation-Spiele auf eurem Computer oder Smartphone zu zocken, auch wenn ihr euch nicht in unmittelbarer Nähe eurer Konsole befindet. Aber für wen ist denn jetzt Remote Play wirklich nützlich und ein gutes Feature? Das habe ich ja eingangs schon mal angedeutet. Ja, dann, wenn der Fernseher von jemandem wie eurem Partner, eurer Partnerin oder wem auch immer besetzt wird, ihr aber trotzdem ein PS4 oder PS5-Spiel spielen wollt. Das könnt ihr dann machen und zwar auf einem anderen Endgerät, während die PS4 oder PS5 läuft und euer Partner in Ruhe Fernsehen guckt oder was anderes auf dem Fernseher zockt. Ebenfalls eine super wichtige Frage. Muss ich mich denn für Remote Play im selben Netzwerk befinden? Und da gibt es eine ganz klare Antwort. Nein, ihr müsst euch nicht im selben Netzwerk wie eure Konsole befinden, um Remote Play zu verwenden. Im Grunde könnt ihr von überall aus eure Playstation-Spiele spielen. Das heißt, ihr seid zum Beispiel gerade auf Geschäftsreise oder auf Klassenfahrt und wollt trotzdem zocken, dann könnt ihr das machen, wenn ihr denn eure PS5 zu Hause und euer Endgerät, das ihr nutzen wollt, mit einer guten Internetverbindung versorgt habt. Ganz wichtig ist, und das habt ihr euch bestimmt bereits gedacht, eine schnelle Internetverbindung mit Upload- und Download-Geschwindigkeiten von mindestens 5 Mbit die Sekunde. Für eine optimale Leistung empfiehlt Sony sogar eine Internetverbindung mit Upload- und Download-Geschwindigkeiten von mindestens 15 Mbit die Sekunde. Außerdem benötigt ihr natürlich einen Controller, wenn ihr ordentlich zocken wollt. Ihr könnt zwar auch zum Beispiel am Smartphone direkt über den Bildschirm mit der entsprechenden Steuerung, die da angezeigt wird, steuern, aber das funktioniert eher so semi. Ich empfehle euch, den normalen DualSense-Controller von Sony zu verwenden, der ja auch bei der PS5 dabei ist. Den könnt ihr nämlich per Bluetooth ganz einfach zum Beispiel mit eurem Tablet oder mit eurem iPhone oder was auch immer ihr habt verbinden. Kommen wir jetzt aber wirklich zur wichtigsten Frage, wie kann ich denn Remote Play nutzen? Möchtet ihr Remote Play nutzen, müsst ihr auf den entsprechenden Endgeräten zunächst die benötigte Anwendung installieren. Außerdem muss sowohl die Konsole als auch das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Ganz wichtig, ihr müsst übrigens auf eurer PS4, aber auch PS5 Remote Play erst einmal in den Einstellungen aktivieren. Ansonsten funktioniert überhaupt nichts. Einen ausführlichen Artikel, wie Remote Play funktioniert und wie ihr das auf den verschiedenen Endgeräten installiert, gibt es übrigens auf playcentral.de. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Außerdem noch ein super wichtiger Hinweis, die PlayStation 4 bzw. 5 muss eingestaltet sein oder sich im Ruhezustand befinden, um via Remote Play darauf zugreifen zu können. Also nochmal, ist die PS4 oder PS5 ausgeschaltet, dann könnt ihr weder zocken noch könnt ihr die Konsole halt aufwecken. Das geht nur aus dem Ruhezustand. Außerdem solltet ihr bedenken, dass abhängig von der Videoqualität für das Streaming teilweise pro Stunde mehrere Gigabyte an Daten übertragen werden. Je nach eurem genutzten Tarif können dadurch hohe Kosten entstehen, weshalb ihr euch ganz genau überlegen solltet, ob ihr mobile Datenverbindungen als Option aktivieren wollt. Und ich habe ja eben schon gesagt, ihr könnt auch einen Controller verbinden. Das funktioniert recht einfach. Ich erkläre euch jetzt aber nochmal ganz genau, wie das funktioniert. Für Remote Play könnt ihr einen DualSend Wireless Controller, auch den Edge Wireless Controller oder sogar einen DualShock 4 Wireless Controller, also der PS4 Controller benutzen. Zum Koppeln eures Controllers müsst ihr die Create-Taste oder die Share-Taste gemeinsam mit der PS-Taste gedrückt halten, bis die Leuchtleiste zu blinken beginnt. Wenn die Leuchtleiste dann blinkt, dann geht ihr in die Bluetooth-Einstellungen eures Endgeräts und wählt hier euren Controller aus. Wenn die Leuchtleiste dann leuchtet, dann leuchtet sie und euer Controller ist natürlich verbunden. An dieser Stelle würde mich jetzt mal sehr interessieren, habt ihr PS Remote schon mal selbst ausprobiert? Vielleicht auf dem iPhone oder auf einem anderen Endgerät? Dann schreibt mir eure Meinung sehr gerne mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ich euch gefallen habe, dann lasst dem Kanal sehr gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.